Musik Moin Moin! Ja, wir sind heute wieder in der Rubrik Sport unterwegs, bei dem lieben Herrn Melzer, der heute was ganz Besonderes anbietet, also nicht nur heute, jeden Tag und für jedermann. Und in sehr kurzer Zeit kann man jetzt... Effektives Ganzkörpertraining durchführen. Genau, und wir reden jetzt gar nicht viel, sondern wir zeigen euch jetzt, was hier abgeht. Ich erzähle noch ein bisschen, ne? Genau, so machen wir es. Das meine ich, das ist der Unterschied zu den früheren Anwendungen der Physiotherapie. Achtung, und jetzt gehen wir runter, runter, runter und langsam wieder hoch in die Ausgangsposition. Genau, ich steige dich mal hier, warte, Vorspannung und atmen. Übung dann auch sehr schön oder auf Kontrolle. Das bedeutet, dass du jetzt schon einatmest. Das bedeutet, dass du jetzt schon einatmest. Bis zum nächsten Mal. Ich bin geschafft, hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht bei dem lieben Maik hier in seinem privaten Studio zu Hause und wer ein bisschen Pölsterchen verlieren will und fit bleiben will, sich gut fühlen will, Muskulatur aufbauen will, der kommt hierher und probiert das hier aus. Maik, wo kommt der hin? Welsenstraße 7 in Weißenfels oder am besten telefonisch oder per E-Mail? Sagst du bitte mal deine Telefonnummer oder deine E-Mail? Also Telefonnummer wäre die 01728650790. Das wäre das Beste vielleicht telefonisch, da kann man ein bisschen gleich reden und Terminen vereinbaren. Es beginnt immer mit einem individuell kostenfreien Probetraining, wo alle Fragen geklärt werden, genau, auf dem Flyer steht auch alles. Das bänden wir mal eben kurz ein für euch, dann ist das ein bisschen einfacher, hier ist auch nochmal der Kontakt und alles drauf. Genau. Und ich würde mich freuen. Genau, du freust dich, dann heißt es, wir machen hier Probetraining, dann geht's los. Man muss natürlich so ein paar Voraussetzungen erfüllen, die man dir in einem Alamesebuch beteiligt. Das würde ich im Gespräch. Genau. 25 Euro kostet eine Trainingseinheit, was meistens so um die 20 Minuten sind, 20, 25 Minuten. Man geht auch in keinen Vertrag ein, das ist auch wichtig, dass wir das sagen. Ja. Und man kann sich die Termine auswählen, es sollte aber in regelmäßigen Abständen sein, um einen positiven Effekt zu bekommen. Perfekt. Wir sagen danke, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich werde das also im Auge behalten und auch fortführen. Und kommt ihr doch einfach mal hierher und macht es auch. Probiert es einfach aus. Super. Moin Moin, ihr Lieben. Die Küsten-Uli. Zu sehen bei BLK-TV. Ja, ich gebe euch ab und an Tipps rund um den Burgenlandkreis. Und ich habe euch heute mal etwas von der Küste mitgebracht. Und zwar aus dem Biomaris-Shop aus Dank Peter-Ording von der lieben Frau Schulz. Vielen Dank, Frau Schulz. Und zwar hat sie mir für euch mal mitgegeben, Schönheit aus dem Meer. Ja, und wir würden das gerne jemanden netten zukommen lassen, der uns bei Facebook ein Like gibt und vielleicht auch einen netten Kommentar schreibt. Und wir wählen dann zwischen den netten Kommentaren aus, wem dieses Tütchen zukommt. Ja, und wie gesagt, kommt doch auch mal mich besuchen in St. Peter-Ording. Und ich zeige euch mal die schöne Nordsee. Und wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr unterkommt, dann schaut gerne auf meine Website. Dann wisst ihr auch, was ich dort mache. Watt-Will-Mann-Mehr.de Ja, und dann findet ihr sicherlich eine nette Unterkunft auch zum Kuscheln. Und von mir on top gibt es dann, wenn ihr jetzt in dieser Zeit kommt, eine Mütze. Und die wärmt euch dann, denn es ist jetzt ein frischer Wind dort. Wie gesagt, und eine Strandmülltüte gibt es auch noch on top. Und ich denke mal, das wird zauberhaft. Also, wir freuen uns auf eure Kommentare. Liked uns und wir sehen uns wieder im BLK-TV oder auch bei Insta. BLK Küsten-Uli. Klickt und folgt uns. Auch da erwarten euch viele, viele Überraschungen. BLK Küsten-Uli.